Hallo bei Neupharmedizin. Hallihallo. Wieder vor der altbekannten Wand, wieder die beiden altbekannten. Sehr alt. Diesmal hat Martin ein bisschen was zu sagen. Und zwar zum Aortensyndrom bzw. zur Aortendissektion. Und bevor er verrät, wie man das Ganze behandelt, Martin, wovon sprechen wir da eigentlich? Was hat denn die Aorta da? Also die Aorta hat einen Einriss innen drin. Man muss sich vorstellen, Gewebe oder Gefäße bestehen ja aus unterschiedlichen Schichten, unterschiedlichen Gewebeschichten. Und meistens ist es eine Verletzung von der innersten Schicht, der sogenannten Intima. Und dann kommt es dahinter, so im Bereich der sogenannten Media, zu einer Einblutung. Also man kann sich vorstellen, das große Rohr insgesamt bleibt intakt. So, damit man es auch sieht. Aber irgendwo an der inneren Schicht kommt eine Verletzung rein. Und dann wird so ein Teil der Gefäßwand abgehoben. Da gibt es verschiedene Klassen davon. Klasse 1, das ist das Klassische, wie wir uns das vorstellen, ist quasi in dem Gefäß gibt es ein echtes Lumen und ein Lumen, das da sich so reingräbt zwischen die Wand oder in die Wand. Da gibt es noch verschiedene andere Sachen. Wenn wir was verletzen mit Kathedern, Herzkatheter und so weiter, das packen wir alles in die Shownotes. Das ist eine Verletzung der Wand der Aorta. Okay, aber jetzt gibt es ja, glaube ich, auch noch ein paar kleinere Einteilungen. Willst du dazu ganz kurz was sagen? Ja, gern. Ihr habt sicher schon mal den Begriff irgendwie Typ A-Dissektion, Stanford A, Stanford B oder so weiter gehört. Das ist, glaube ich, auch das Einzige, was man so grob mal sich überlegen muss. Es gibt die sogenannte A-Dissektion, das ist an der Aorta Aszendenz, also quasi schnell zusammengefasst der Teil, der aus dem Herz rauskommt und sich quasi im Aortenbogen oder den Aortenbogen beinhaltet. Und die Typ B-Dissektion, auch da gibt es ganz feine Einteilungen, aber im Endeffekt einfach die deszendierende Aorta, also eben alles, was nach dem Bogen quasi nach unten geht. A und B. Warum? Warum? Weil Typ A meistens eine akute Notenoperation braucht und Typ B meistens nicht so dringlich oder auch häufig initial konservativ versorgt wird. Das heißt, das ist für die weitere Versorgung in der Klinik relevant. Okay, das klingt ja relativ dramatisch. Dann wird das ja auch was sein, was man immer auf den ersten Blick eigentlich entdeckt, oder? Wenn man gut ist. Okay, ich glaube, ich bin dann doch nicht so gut. Ja, das wissen wir schon lange. Aber wie, was würdest du mir sagen, wie kann ich besser auf die Aortenbogen aufmerksam werden? Weil es geht ja wie überall erstmal darum, daran denken, oder? Genau. Man muss mal daran denken und man muss sagen, warum ist das so wichtig, eine Aortenbogen, das ist gar nicht so selten, ja, erstens. Und zweitens, wenn man da gar nichts macht, kann das relativ schnell tödlich sein. Also deutlich höhere Mortalitätsraten als Herzinfarkte und so weiter. Und deshalb ist es so eine von den großen Differenzialdiagnosen, die man im Hinterkopf behalten muss. Also wie du sagst, daran denken. Und es ist das Gemeine, im Gegensatz zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass die Aortendessektion oft ganz, ganz unspezifische Symptome hat. Es ist nicht so Bein gebrochen, Bein tut weh, vielleicht ist es ein Problem beim Bein. Sondern die hat oft ganz unspezifische Symptome. Meistens denkt man daran, wenn jemand sagt, er hat Brustschmerz, aber es kann auch sein, dass das einzige Symptom irgendwie ein Kollaps ist. Es kann sein, dass das einzige Symptom Dyspnoe ist. Das hatten wir jetzt mal, eine laufende Reanimation, Verdacht, glaube ich, auf Lungenembolie. Und die einzige Symptomatik des Patienten war Dyspnoe. Der hat nie Brustschmerzen gehabt. Okay, wenn du jetzt mal den ganz klassischen Patienten mit der klassischsten Anamnese schlechthin beschreiben müsstest, also bei dem man auf jeden Fall daran denken muss, sonst hat man was übersehen. Was wäre das? Was wären so die Mega-Warnsignale, sage ich mal? Also es gibt so zwei Sachen, die total gut und einfach zu merken sind und an die man denken sollte. Das eine ist der Merkspruch Thoraxschmerz plus eins oder eins plus Thoraxschmerz. Das heißt, der Patient hat irgendwie Brustschmerzen, ziehen, reißen, was auch immer. Irgendwas merkt er da. Und zusätzliche Symptomatik, die nicht ganz dazu passt. Also Schlaganfallsymptomatik, plötzlich, vielleicht nur intermediierend. Beinschmerzen in beide Beine, in ein Bein. Rückenschmerzen, Bauchschmerzen. Irgendwelche Symptome, die zum Thoraxschmerz dazukommen. Und wenn wir sowas haben, auch wenn es nur kurzzeitig auftritt und dann wieder weg ist. Der sagt, ich habe Brustschmerzen, ich spüre mein Bein nicht mehr. Und nach dem Transport, nach zehn Minuten sagt er, aber jetzt tut es vor allem weh. Da denkt man sich, hä, das ist doch kein Schlaganfall. Thoraxschmerz plus eins, da muss man dran denken. Das ist der erste Punkt. Aber auch zum Beispiel eine Synkope, Thoraxschmerz plus Synkope. Genau, genau. Neurologische Symptomatik im weitesten Sinne, da hast du schon recht. Es ist gut, dass man die Synkope nochmal extra nennt, auf jeden Fall. Okay, Thoraxschmerz plus eins oder eins plus Thoraxschmerz. Also irgendwie komische Symptome, vielleicht jemand, der krank ausschaut, der vielleicht gar nicht erzählt, dass er einen Thoraxschmerz hat. Und wenn man nochmal fragt, erzählt er, ja, stimmt, ich habe da auch mal so einen Drücken gehabt. Hatte ich jetzt gerade vor kurzem irgendwie so einen ähnlichen Fall. Präkollaps, Bein, Taub. Und wenn man erst einmal den Patienten gefragt hat, hat er gesagt, ja, stimmt. Am Anfang, wie es mir so schwindig geworden ist, habe ich auch Brustschmerzen gehabt. Aber es ist gar nicht so schlimm. Okay, das ist der erste Punkt. Thoraxschmerz plus eins oder eins plus Thoraxschmerz. Super wichtig, einfach daran denken. Und das zweite ist, so ein paar Charakteristika kann man doch erfragen. Und das wäre total wichtig, wenn du bei jedem Patienten mit Brustschmerzen einfach diese Fragen stellst und dann kann man schon mal ein bisschen daran denken. Das sind drei wichtige Fragen. Die eine Frage ist, ist der Schmerz plötzlich aufgetreten? Also relativ schnell, nicht so über Tage langsam, sondern eher plötzlich. Und das kann darauf hinweisend sein. Manchmal sagen die Leute auch, es ist der schlimmst vorstellbare Schmerz. So ähnlich wie wir es kennen von der SAB, wo man auch fragt, ist der Kopfschmerz der schlimmste, den sie jemals hatten? Bei Migräne oder so kenne ich es ja, aber jetzt ist es der schlimmste. Also schlimmst möglicher dramatischer Schmerz, plötzlich auftretend. Das zweite ist, ist der Schmerz irgendwie reißend oder scharf? Also die Amis sagen scharf. Irgendwie ein Stechen, gar nicht so, eher reißend. Manchmal beschreiben die Patienten das wirklich auch so. Und das dritte ist, hat er irgendwelche komischen Ausstrahlungen in den Bauch, in den Rücken, in die Beine. Gerade in die Beine, das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Oder in einem Bein. Oder in den Hals auch. In den Hals auch, ja. Wobei das nicht so häufig beschrieben wird. Und das ja manchmal auch eine klassische ACS-Symptomatik sein kann. Zum Beispiel bei Frauen wird das ja häufig, dieser Kieferschmerz. Also wenn sowas auftritt, dann müsst ihr zumindest daran denken. Die meisten Patienten werden trotzdem keine Orten-Dissektion haben. Muss man ehrlich sagen, also wir hatten ja auch immer wieder auch gemeinsam Fälle, wo wir gedacht haben, jetzt ist es eine und dann war es doch keine. Aber da muss man dran denken. Es gibt noch ein paar andere Charakteristika, die packen wir in die Shownotes nochmal, damit wir die Leute jetzt da nicht zulabern. nur schnell zusammengefasst, irgendwie ein Marfan-Syndrom oder jemand, der ausschaut, das wäre ein Marfanoid, so ganz lange. Also eine Beinselbewebserkrankung hat. Genau, danke. So hagere, mit ganz langen Extremitäten zum Beispiel. Ein Eingriff an der Aorta, okay, aber dann denkt man vielleicht eh dran. In der Familie tausender Aorten-Syndrome, auch da wird man vielleicht eher dran denken. Okay. Okay, also ganz kurz zusammengefasst, nur die Symptome, das ist eigentlich Thorax-Schmerz plus eins. Ja, das ist das aller, aller, allerwichtigste und so ganz auffällige Schmerzcharakteristika. Kurz und knackig, das finde ich gut. Okay. Super, jetzt habe ich einen Patienten, da habe ich den hochgradigen Verdacht. Wie kann ich die Aorta sinnvoll untersuchen? Jetzt hätte ich gedacht, du fragst, ich habe doch irgendwie mal gelernt mit dem beidzeitigen Blutdruck messen oder so. Ja, zum Beispiel. Jetzt hat er auf der einen Seite, rechts hat er einen Blutdruck von 110 und links hat er einen Blutdruck von 120. Hat er jetzt eine Aortendissektion, muss ich den zum Chirurgen schleppen? Man weiß es nicht. Also nur ein geringer Prozentsatz der Patienten mit einer Aortendissektion hat wirklich eine relevante Blutdruckdifferenz und auch ganz viele andere Patienten, die nichts haben, auch ganz normale Gesunde, haben eine kleine Blutdruckdifferenz. Wirklich Relevanz wird es erst so ab 20 Millimeter Hg, da gibt es unterschiedliche Aussagen. Aber wenn jemand 115 auf der einen Seite hat und 125 auf der anderen, sagt das wahrscheinlich nichts aus. Er kann natürlich trotzdem was haben, aber das muss nicht wirklich was sein. Wenn aber jemand natürlich Brustschmerzen hat, plus 1, Beinschmerz, irgendwas komisches, vielleicht ist der Beinschmerz wieder weg. Und dann hat er eine unterschiedliche Blutdruckdifferenz. Auf der einen Seite 110, auf der anderen Seite 132, 135, dann würde ich schon mal hart dran denken und mir überlegen, ob das was sein könnte. Wirklich viel Diagnostik kann man draußen nicht machen. Wenn man Sono mit hat, könnte man einfach mal draufschauen, sieht man eine Dissektionsmembran in der Aorta, sieht man oben was, sieht man einen Perikarderguss. Realistisch muss man sagen, im aktuellen System werden die wenigsten präklinische Sonografie mithaben, also draußen einfach dran denken mit der Anamnese und dann eher vielleicht ein paar Minuten länger fahren in ein Zentrum, das eine Gefäß- und Herzchirurgie hat. Außer man ist jetzt wirklich tiefst in der Bumper, dann würde ich trotzdem ins erste Haus fahren, dass das grundsätzlich anschauen kann, weil dann geht es ja auch um die weitere Versorgung und die Verlegung. Überhaupt um die Diagnostik, weil die meisten haben es ja dann zum Glück doch nicht. Ja, das ist so das, was ich denke, für einen Rettungsdienst relevant ist. Okay, und jetzt die Kollegen in der Notaufnahme, die alle Apparate der Welt hinter sich haben, was können die machen? Also was ist so der Goldstandard, dass man es mal ganz kurz reinzettet hat? Genau, der Goldstandard ist das CT. Dort sieht man es einfach, das sollte man auch frühzeitig machen, wenn man dann klinischen Verdacht hat. Auch da würde ich nicht tausend andere Untersuchungen machen und auch vor allem bei so semistabilen Patienten, die krank ausschauen, müssen jetzt noch nicht einen Druck von 60 haben, aber die einfach so ein bisschen grau sind, die ein bisschen Laktat haben vielleicht oder die irgendwie schlecht sind, einfach ins CT, hilft nichts. Alle anderen Sachen können helfen, aber nicht. Also in dem Fall macht ein fokussiertes Echo Sinn. Draufschauen, wie pumpt der sowieso bei jedem Patienten, der irgendwie krank ist, aber hat der einen Perikarderguss, hat der eine Orteninsuffizienz, das sind so die großen Hinweise. Sieht man, dass der Ortenknopf richtig breit aufgeht nach der Klappe. Das ist auch was, wenn man jetzt kein Mega-Echo-Kardiographie ist, das man gut sehen kann. Das EKG, das habe ich beim Rettungsdienst jetzt vergessen, aber vielleicht gar nicht so schlecht, weil so wichtig ist das nicht. EKG machen wir beim Brustschmerz sowieso und es gibt, man kann so grob einteilen, wirklich sehr grob, ich fasse jetzt die schon grobe Statistik nochmal grober zusammen. Beim EKG, bei Orten-Dissektionen ist ein Drittel, hat überhaupt nichts. Ein Drittel hat so unspezifische SD-Veränderungen und ein Drittel hat akute Ischämie-Zeichen, wie bei einem STEMI oder ähnlichen STEMI, ja schwierig. Wobei die auch fluktuierend sein können. Wobei die fluktuierend sein können, also super schwierig. EKGs aufheben, EKGs zeigen, aber ein Herzinfarkt ist trotzdem noch häufiger als eine Orten-Dissektion. Das ist schwierig und hat keine hundertprozentige Aussagekraft. Aber natürlich, wieder, hast jemanden mit Brustschmerz plus eins und dann hat man so vielleicht sogar fluktuierende EKG-Veränderungen. Oh, da muss man hart dran denken. Und dann wird es schwierig, weil gibt man dem dann Ass-Heparin oder eher nicht. Ich glaube, ich bin kein Herzchirurg, aber ich denke, die Herzchirurgen sehen eine ganze Menge Leute, die Ass- und Heparin bekommen haben, weil es eben auch so schwierig zu funktionieren ist. Auch da muss man sagen, genau, Ass- und Heparin indiziert beim akuten SD-Hebungsinfarkt und nicht bei ein bisschen Brustschmerz. Genau. Also da auch vielleicht ein bisschen zurückhalten, das ist ein generell so hoch, ne? Genau. In der Thematik. Also ich habe die meisten Orten-Dissektionen, die ich mit dem Rettungsdienst bekommen habe, haben Ass- und Heparin draußen bekommen. Genau. Auch meine Erfahrung. Ja. So. Okay. Was gibt es noch? Eine Sache noch. TE. Ja, auch das kann man, wenn man das in der Notaufnahme schnell verfügbar hat oder der Patient direkt auf eine Intensiv- oder in einen Schockraum kommt, wo man das machen kann, da kann man sowas schnell machen, wenn man das kann. Und jetzt, alles schön und gut, ne? Ich sehe das CT, sehe eine schöne Typ-A-Dissektion und mache mir große Sorgen. Da nehme ich den Patienten natürlich zu mir in den Schockraum und nehme mir erstmal eine Stunde Zeit, um den richtig zu versorgen, um Gerinnungsfaktoren zu bestimmen. DK wäre wichtig, ein Katheter braucht er. Ein DK, dann braucht er noch verschiedene Katheter. Da kann man kommunales legen. Ich merke, wir sind heute sehr sarkastisch und erzählen viel Quatsch. Also das war natürlich nicht ernst gemeint. Wenn man eine Dissektion feststellt, dann muss man schnell handeln. Hat man im Haus eine Herzchirurgie, dann muss man sofort mit denen Kontakt aufnehmen. Dann hat man keine, muss man raschestmöglich eine Verlegung organisieren, vor allem bei den Typ-A's. Da geht es um die Zeit. Und wir können die auch nicht retten. Wir können auch nicht die Aorta operieren, sondern wir können nur das Risiko, dass da irgendwie die Verletzung sich verstärkt, verringern. Und das machen wir, indem wir die Scherkräfte an der Aorta, also man muss sich vorstellen, jeder Herzschlag kann das weiter aufreißen oder die Verletzung verschlimmern, die müssen wir vermindern. Und das machen wir, indem wir die Herzfrequenz senken und den Blutdruck senken. Und da kann man mal die Leute so richtig runterprügeln, weil die natürlich Schmerzen haben, die sind aufgeregt. Logischerweise wäre ich auch, liegst im Schockraum und irgendwas zieht da und fasst durchs CT und alle sind ganz aufgeregt. Also der Patient kriegt Analgesie, zum Beispiel Opiat basiert, womit auch immer ihr vertraut seid, Morphin, Fenta, Biretramid, völlig wurscht. Was ihr könnt, vielleicht kein Dramal. Aber also ordentlich, die sollen möglichst wenig Schmerzen haben, damit man diesen Sympathikus-Reiz mal wegnimmt. Das zweite ist, die Patienten kriegen einen Beta-Blocker, um die Herzfrequenz zu senken. Ziel wäre so um die 60 oder unter 60 oder ob es jetzt 62 oder 58 ist auch wurscht. Zum Beispiel mit einem Metabolol oder einem Esmolol per Fuß oder was auch immer ihr da zur Verfügung habt und womit ihr euch sonst auch auskennt. Da kann man ruhig mal ganz mutige Dosen geben. Und das dritte ist den Blutdruck. Meistens schafft man das schon durch den Beta-Blocker, den ganz gut zu senken. Und sonst könnte man zum Beispiel ein Urapidil dazugeben, auf keinen Fall ein Nitro wegen der Reflex-Dachycardie oder erst wenn der Beta-Blocker blockiert ist. Und da ein bisschen vorsichtig sein. Die Kombination von Beta-Blocker und Alpha-Blocker, da muss man sich schon ein bisschen auskennen und halt den Blutdruck messen. Man kann eine Arterie legen, wenn man die Zeit hat, aber ich würde jetzt auch nicht stundenlang rumtun, wenn der Patient profitiert von der OP, wenn man eine Arterie legt, dann dort, wo der Blutdruck am besten ist, am höchsten ist. Häufig ist es auf der linken Seite, aber muss nicht immer sein. Auch die Blutdruckmessung, die für euch relevant ist, dass es wichtig ist, auf der Seite, wo der Blutdruck am höchsten ist, wenn der eine Differenz hat. Aber, das heißt nochmal ganz klar, kurz zusammengefasst von dir, Blutdruck senken, Herzfrequenz senken und ansonsten keine Zeit verschenken, denn tatsächlich ist das ein Patient, den rettet der Chirurg und wenn die Arter vorher platzt, dann könnt ihr machen, was ihr wollt und mit Schäden irgendwelche Blutmengen da reinstecken, dann ist es vorbei. Gefährlich ist da vor allem die Tamponade, da macht eben ein fokussiertes Echo Sinn. Also wenn der diese ziert und quasi einen Perikard-Akuss darunter bekommt, dann kann das auch was sein, wo man eine notfallmäßige Perikard-Drainage legen muss, gerade wenn man Verlegungszeit irgendwo hin hat oder wenn der schon einen Akuss hat, dann würde ich mir zumindest ein Set mitnehmen, wenn man den Patienten verlegt. Also Zeit und nicht rumspielen. Genau, aber auch da wieder, also zum Beispiel habe ich auch mal darüber nachgedacht, da war ich noch relativ jung und habe gedacht, Mensch, jetzt könnte ich ja mal hier die erste Perikard-Punktion machen, wenn der Patient hemodynamisch stabil ist und er hat einfach einen großen Perikard-Akuss, ab in den OP mit ihm. Ja, don't touch. Ihr reißt das Ding nicht, das macht der Chirurg und selbst dann haben die eine extrem hohe Mortalität. Ja, leider. Cool, Martin. Ja, das war es schon irgendwie. Sollen wir es noch irgendwie zusammenfassen? Kriegst du das hin? Die Ordnungssektion in drei Sätzen. Erstens dran denken mit Thoraxschmerz plus eins. Zweitens frühzeitig ein CT machen oder in ein Haus fahren, das sowas machen kann, nicht ins kleine Krankenhaus. Dritter Satz. Therapie heißt Herzfrequenz und Blutdruck senken und Analgesie und nicht rumspielen der Chirurg retteten Patienten und nicht wir. Waren fast drei Sätze, je nachdem, wie man Kommasetzungen macht und so. Cool, Martin, vielen, vielen Dank. Hoffentlich hat es euch Spaß gemacht und ist ein interessantes Thema, auf jeden Fall ein sehr relevantes Thema, glaube ich, für die Notfallmedizin. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es an den Martin, der beantwortet alle Fragen. Und ansonsten... Erzählt uns eure Aortendissektionsfälle, da sind wir sehr gespannt, weil da gibt es ganz verrückte Symptome manchmal. Mehr Infos gibt es in den Shownotes, da haben wir noch mal einiges reingepackt aus der Leitlinie, auch gibt es eine relativ aktuelle, mit die echt ganz gut geschrieben ist. Und auf jeden Fall teilen und liken, bei WhatsApp abonnieren und immer wieder auch direkt bei YouTube vorbeischauen. Genau. Viel Spaß. Bis bald. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020